So, da sind wir auch schon wieder zu einer... zu einem erweiterten Part von Let's Play Snowballs Yedina Yedi Akademie. Und zwar mache ich diesen erweiterten Part, weil ich habe wenig Kommentare bekommen zu meinem letzten Teil, wo ich euch gefragt habe, was ich nun tun soll, ob ich ihn töten soll oder nicht. Und deswegen gebe ich euch nun die Wahl, klickt hier links, wenn ich ihn nicht töten soll, klickt bitte rechts, wenn ihr wollt, dass ich ihn töten soll. Ja, ganz einfach, klickt links oder rechts. Tut es jetzt und ihr werdet sehen, was passiert. Ja. Ihr guckt ja immer noch. Ihr sollt klicken, nicht gucken, klicken, ganz einfach, ne, so linke Maustaste, so entweder links hin oder rechts hin, ne, also dahin, wo ich euch so schöne Bilder gemacht habe und, 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 und dann geht es auch schon weiter, ja, also nicht hier so bloß rumstehen und so, ne, 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 ne. Ich bin, ich bin, ne, 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 ne